Nein, ich habe für alles gekämpft, was ich erreicht habe. Aus dem Londoner Slum, bis in die Hallen der gehobenen Gesichter. Und ich gebe nichts davon zu sagen. Schreiner! Ich will so nicht. Mutter wird es nie. Ein Druiden-Tempel. Ist es das? Zumindest waren die Engländer die Schotten dicht machen. So ungern sich aus dem Zugriff, Master-Empfeder hätte das nicht so verlusten Garten gesichert. Wir haben wohl die großen Vierer aufgetauscht. Feuern und küschen! Und wenn ich so entdeckte, wie diese erleben. Dieser faulige Zwerg frisst Dämonen zum Frühstück. Das ist die richtige Einstellung, Humunculus. Dafür wurdest du geschaffen. Stopp. Jetzt das nicht mitucciabum. Es gibt keine Füße. Psst. Und skinuca? Das war's für dich. Und beeil dich. Ich kann nicht sagen, ob das ein Akt der Barmherzigkeit oder Boshaftigkeit war. Zurück, Parasite. Brigadier Blut ist zu gut für euch. Der kriegt wohl gar nicht genug. Das Aussehen von dem Ding gefällt mir gar nicht. Schleicht hier herum, wie ein Halsabschneider von Bieste. Nein, mehr stören. Hier. phiys. min das war's für meinen folgen nicht. Bis jetzt. Ich bin hier. Ich bin hier. Und damit electronic geht es nicht nur. Ich bin hier. Und ich habe es nicht mehr. Ja, der ist irgendwie süß. Der hellen droht. Wunderbar. Ganz kleiner. Stell dich tot. Wo? Wo ist das? Jetzt teile ich meine Leidenschaft. Was ist das? ich gewähre dir eine beförderung leuteinant homonkonos Ich lebe noch und so erschlug ein Abel und an ihm so ganz Zeit Ich habe schon viel sein aber es gibt zum glück bist du eine bessere schützen als wahrsagerin Wo ist die bar ich bin schon am verdursten Wartet habt ihr das auch gesehen Was jetzt was hat das zu bedeuten es bedeutet sie sind nicht würdig hex Wichtig Tor Was Der Gefangene muss seine Reise zu Ende bringen. Wo ist mein Vater? Was hast du mit Alistair Rhodes gemacht? Du bist schon zu spät. Du kannst nicht stoppen, was nun kommen wird. Wo ist mein Vater? Godfrey, red mit mir! Verdammt! Drei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine liebste Scarlet, falls ich dem Orden bereits zum Opfer gefallen bin, vertraue ich nur diesen Personen, dass sie dir helfen, ihn aufzuhalten. Okay, Dad. Mal sehen, was deine Freunde ausrichten können.